Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Rommerskirchen. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 45 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 600 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Wir freuen uns Sie uns.